Leben und die FD, das Widerspricht der Idealität, die Hette ist, dass wir immer mehr und mehr sehen werden. Ob es jetzt mit Dranken oder wie übertreibt nicht so ein linksextremer Sören ist, der halt ganz deine Haustür da nicht normal ist. Und wenn man etwas angekündigt bekommt, man weiß, dass wir halt unterdrückt werden, beziehungsweise dann gehst du halt am Weg. Und ich meine, man kann halt schon Ärger vermeiden, ja. Aber wenn man halt sagt, nein, das ist auch meine Tätigkeit, die so gezielt vorgeht, du hast keinen Messungsstieg bekommen und ich habe da gar nicht dran gedacht oder sowas. Das ist schon gar nicht im Bereich des Möglichen, dass ich so denke.